Joanne K. Rowling aus den Unterrichtsstunden in Hogwarts Die unverzeihlichen Flüche Die nächsten beiden Tage vergingen ohne größere Zwischenfälle, abgesehen davon, dass Neville in Zaubertränke bereits seinen sechsten Kessel zum Schmelzen brachte. Professor Snape, der im Sommer offenbar neue Höhen der Rachsucht erklommen hatte, ließ ihn nachsitzen. Und von dieser Stunde, in der er einen bottig gehörnter Kröten hatte ausnehmen müssen, kehrte Neville als komplettes Nervenbündel zurück. Dir ist doch klar, warum Snape derartig übellaunig ist, oder? sagte Ron zu Harry, während sie Hermine zusahen, die Neville gerade einen Putzzauber beibrachte, damit er die Kröteninnereien unter seinen Fingernägeln loswurde. Ja, sagte Harry. Moody. Es war kein Geheimnis, dass Snape in Wahrheit selbst Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste sein wollte. Und jetzt hatte er es auch im vierten Jahr nicht geschafft. Snape hatte keinen ihrer bisherigen Lehrer in diesem Fach ausstehen können und daraus auch keinen Hehl gemacht. Doch merkwürdigerweise schien er gegen Mad-Eye Moody lieber keine offene Abneigung zeigen zu wollen. Im Gegenteil. Immer wenn Harry die beiden zusammensah, beim Essen oder wenn sie sich auf dem Gang begegneten, hatte er den deutlichen Eindruck, dass Snape Moody's Blick auswich. Ob nun dem magischen oder dem normalen Auge. Ich glaube, Snape hat ein wenig Schiss vor ihm, sagte Harry nachdenklich. Stell dir vor, Moody würde Snape in eine gehörnte Kröte verwandeln, sagte Ron mit verklärtem Blick. Und würde ihn zwischen den Mauern seines Kerkers hin und her klatschen lassen? Die Viertklässler von Gryffindor waren so gespannt auf Moody's erste Stunde, dass sie am Donnerstag nach dem Mittagessen viel zu früh vor dem Klassenzimmer erschienen und davor Schlange standen. Wer fehlte, war Hermine, die schließlich erst in letzter Sekunde auftauchte. War in der Bibliothek, ergänzte Harry. Komm schnell, die besten Plätze sind gleich weg. Sie stürzten sich auf drei Stühle, direkt vor dem Lehrertisch, nahmen die dunklen Kräfte, eine Anleitung zur Selbstverteidigung heraus und warteten ungewöhnlich leise auf das Kommende. Es dauerte gar nicht lange, dann hörten sie dumpfe, pochende Schritte den Gang entlang hallen. Und schon kam Moody, unheimlich und furchterregend wie er war, zur Tür herein. Den hölzernen Klauenfuß konnten sie eben noch unter seinem Umhang hervorlugen sehen. Die könnt ihr gleich wieder wegstecken, knurrte er, humpelte zu seinem Tisch und setzte sich. Diese Bücher, die braucht ihr nicht. Sie räumten die Bücher wieder in ihre Taschen und Ron wirkte aufgeregt. Moody zog eine Liste hervor, schüttelte seine lange, grau-weiße Haarmähne aus dem zerfeuchten und vernarbten Gesicht und begann, ihren Namen aufzurufen, wobei sein normales Auge langsam die Liste entlang wanderte, während das magische Auge umherhuschte und jeden Schüler, der sich meldete, scharf ansah. Gut denn, sagte er, nachdem er den letzten aufgerufen hatte. Ich habe ja einen Bericht von Professor Lupin über den Wissensstand der Klasse. Sieht aus, als hättet ihr eine recht gründliche Ausbildung im Umgang mit schwarzen Kreaturen. Ihr habt Irrwichte, Rotkappen, Hinkepunks, Grindelos, Kappas und Wehrwölfe durchgenommen. Stimmt das? Allseits zustimmendes Murmeln. Aber ihr liegt zurück, weit zurück, im Umgang mit Flüchen, sagte Moody. Daher will ich euch mal ausführlich beibringen, was Zauberer sich gegenseitig antun können. Ich habe ein Jahr, um euch zu lehren, wie man mit den Dunkeln... Was? Sie bleiben nicht länger? Platzte Ron heraus. Moody's magisches Auge flutschte herum und starrte Ron an. Ron schien aufs Äußerste gespannt, doch einen Moment später breitete sich ein Lächeln auf Moody's Gesicht aus, was Harry noch nie bei ihm gesehen hatte. Sein vernarbtes Gesicht erschien dadurch nur noch zerfurchter und verzerrter. Und dennoch war es eine Erleichterung zu sehen, dass er auch zu etwas so Freundlichem wie einem Lächeln fähig war. Ron wirkte, als wäre ihm ein Stein vom Herzen gefallen. Du bist doch Arthur Weasleys Sohn, Herr, sagte Moody. Dein Vater hat mich vor ein paar Tagen aus einer ganz üblen Klemme rausgeholt. Ja, ich bleibe nur dieses eine Jahr hier und auch das nur, um Dumbledore einen Gefallen zu tun. Ein Jahr! Und dann kehre ich wieder in den Frieden meines Ruhestandes zurück. Er lachte rau und schlug die knorrigen Hände zusammen. Also legen wir gleich los. Flüche. Es gibt sie in vielen Stärken und Gestalten. Dem Zaubereiministerium zufolge soll ich euch gegen Flüche lehren und es dabei belassen. Eigentlich darf ich euch die verbotenen schwarzen Flüche erst zeigen, wenn ihr in der sechsten Klasse seid. Vorher seid ihr angeblich noch zu jung, um damit fertig zu werden. Aber Professor Dumbledore hält mehr von eurem Nervenkostüm. Er denkt, ihr schafft es. Und ich sage, je früher ihr wisst, wogegen ihr antretet, desto besser. Wie solltet ihr euch denn gegen etwas verteidigen, was ihr nie gesehen habt? Ein Zauberer, der euch mit einem verbotenen Fluch verhext, wird euch nicht sagen, was er vorhat. Er wird euch dabei ins Gesicht lächeln. Ihr müsst darauf vorbereitet sein. Ihr müsst wachsam sein und ständig auf der Hut. Das sollten Sie lassen, während ich rede, Miss Brown. Lavender zuckte zusammen und wurde knallrot. Sie hatte Pavati unter dem Tisch ihr fertiges Horoskop gezeigt. Offenbar konnte Moody's magisches Auge auch durch eine Holzplatte sehen, nicht nur durch seinen Hinterkopf. Also, weiß jemand von euch, welche Flüche vom Zaubereigesetz mit den schwersten Strafen belegt werden? Ein paar hoben vorsichtig die Hände, darunter auch Ron und Hermine. Moody deutete auf Ron, doch sein magisches Auge fixierte immer noch Lavender. Ähm, sagte Ron zögernd. Mein Dad hat mir von einem erzählt. Heißt der Imperius-Fluch oder so? Ah ja, sagte Moody anerkennend. Den kennt dein Vater natürlich. Hat im Ministerium schon mal heftiges Kopfzerbrechen bereitet, dieser Imperius-Fluch. Moody stellte sich schwer atmend auf seine ungleichen Füße, öffnete die Schublade seines Tisches und nahm ein Einmachglas heraus. Drei große schwarze Spinnen krabbelten darin herum. Harry spürte, wie Ron neben ihm leicht zurückwich. Ron verabscheute Spinnen. Moody langte in das Glas, fing eine Spinne ein und legte sie auf seinen Handballen, sodass alle sie sehen konnten. Dann richtete er seinen Zauberstab auf sie und murmelte. Imperio. Die Spinne schwang sich an einem dünnen Faden von Moody's Hand und begann hin und her zu schwingen, wie an einem Trapez. Sie streckte die Beine aus, legte einen Salto rückwärts hin, riss den Faden durch, landete auf dem Tisch und begann im Kreis Rad zu schlagen. Moody schwang seinen Zauberstab und die Spinne stellte sich auf zwei Hinterbeine und legte, wie es aussah, einen Stepptanz hin. Alle lachten. Alle. Außer Moody. Lustig, nicht wahr? knurrte er. Würdet ihr es auch lustig finden, wenn ich das mit euch machen würde? Das Lachen erstarb mit einem Schlag. Vollkommene Unterwerfung, sagte Moody leise, während die Spinne sich zusammenrollte und über den Tisch kugelte. Ich könnte sie dazu bringen, aus dem Fenster zu hüpfen, sich zu ersäufen, sich in einen von euren offenen Mündern zu stürzen. Ron erschauderte unwillkürlich. Vor einigen Jahren gab es eine Menge Hexen und Zauberer, die vom Imperiusfluch beherrscht waren, sagte Moody, und Harry wusste, dass er über die Tage sprach, in denen Voldemort auf dem Höhepunkt seiner Macht war. War keine leichte Aufgabe fürs Ministerium herauszufinden, wer unterworfen war und wer aus seinem freien Willen heraus handelte. Der Imperiusfluch kann bekämpft werden, und ich werde euch beibringen, wie. Doch das verlangt wirkliche Charakterstärke, und nicht alle besitzen die. Passt lieber auf, dass ihr nicht zum Opfer dieses Fluchs werdet. Immer wachsam! bellte er, und alle zuckten zusammen. Moody hob die purzelbäume schlagende Spinne hoch und warf sie wieder in das Glas. Weiß noch jemand einen? Einen verbotenen Fluch? Hermines Hand schoss erneut in die Höhe und auch zu Harrys Gelinderüberraschung die Nevills. Der einzige Unterricht, in dem Neville freiwillig etwas zum Besten gab, war Kräuterkunde, mit Abstand sein stärkstes Fach. Neville schien von seinem eigenen Wagemut überrascht. Ja? Ja, sagte Moody, und sein magisches Auge machte eine halbe Drehung und fixierte Neville. Es gibt noch den, den Kruziatusfluch, sagte Neville leise, aber deutlich. Moody sah Neville sehr aufmerksam an, diesmal mit beiden Augen. Dein Name ist Longbottom, sagte er, und sein magisches Auge stieß nach unten, um noch einmal die Liste zu prüfen. Neville nickte nervös, doch Moody fragte nicht weiter nach. Er wandte sich wieder der Klasse zu, steckte die Hand in das Glas, zog die nächste Spinne heraus und legte sie auf den Tisch, wo sie reglos stehen blieb. Offenbar starr vor Angst. Der Kruziatusfluch, sagte Moody. Ah, die muss ein wenig größer werden, damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt. Er richtete den Zauberstab auf die Spinne. Engorgio. Die Spinne schwoll an. Sie war jetzt größer als eine Tarantel. Alle falsche Gelassenheit fiel von Ron ab und er schob seinen Stuhl, soweit er konnte, von Moody's Tisch weg. Moody hob erneut seinen Zauberstab und richtete ihn gegen die Spinne. Dann murmelte er. Kruziatus. Sofort falteten sich die Beine der Spinne über ihrem Körper zusammen. Sie rollte auf den Rücken und begann unter fürchterlichen Krämpfen hin und her zu wippen. Sie gab keinen Laut von sich. Doch Harry wusste, wenn sie eine Stimme gehabt hätte, dann hätte sie geschrien. Moody zog seinen Zauberstab nicht zurück und die Spinne begann jetzt noch heftiger zu zittern und zu zucken. Aufhören! kreischte Hermine. Harry wandte sich zu ihr um. Hermines Blick galt nicht der Spinne, sondern Neville. Und Harry sah jetzt, dass Neville die Hände an die Tischplatte geklammert hatte, die Knöchel weiß, die weit aufgerissenen Augen von Grauen erfüllt. Moody hob den Zauberstab. Die Beine der Spinne erschlafften. Doch sie hörte nicht auf zu zucken. Aedukyo. Murmelte Moody und die Spinne schrumpfte wieder auf ihre normale Größe zusammen. Er steckte sie zurück in das Glas. Schmerz, sagte Moody leise. Man braucht keine Daumenschrauben oder Messer, um jemanden zu foltern, wenn man den Kruziatusfluch beherrscht. Auch dieser war einst sehr beliebt. Schön. Kennt jemand noch einen? Harry sah sich um. Den Gesichtern seiner Mitschüler nachzuschließen, fragten sie sich alle, was mit der letzten Spinne geschehen würde. Hermines Hand zitterte leicht, als sie sich zum dritten Mal meldete. Ja, sagte Moody und sah sie an. Ah, sagte Moody und ein weiteres leises Lächeln ließ seinen schräg sitzenden Mund zucken. Er steckte die Hand in das Glas und als wüsste sie, was ihr bevorstand, krabbelte die dritte Spinne panisch auf dem Boden herum und versuchte Moody's Fingern zu entkommen. Doch er schnappte sie und legte sie auf den Tisch, wo sie verzweifelt hin und her lief. Moody hob den Zauberstab und Harry spürte das jähe Kribbeln einer bösen Vorahnung. Avada Kedavra, donnerte Moody, ein gleißend heller grüner Lichtstrahl, ein scharfes Sirren, als ob ein mächtiges, unsichtbares Etwas durch die Luft raste, und im selben Augenblick kullerte die Spinne auf den Rücken. Unverletzt, doch offensichtlich tot. Einige Mädchen stießen erstickte Schreie aus. Ron hatte sich nach hinten geworfen und wäre fast vom Stuhl gefallen, als die Spinne auf ihn zurollte. Moody wischte die tote Spinne vom Tisch. Nicht nett, sagte er gelassen. Nicht angenehm. Und es gibt keinen Gegenfluch. Man kann ihn nicht abwehren. Wir kennen bislang nur einen Menschen, der ihn überlebt hat. Und der sitzt hier vor mir. Harry spürte, wie er rot anlief, als Moody's Augen, diesmal beide, in die Seinen blickten. Auch die Blicke aller anderen spürte er im Nacken. Harry starrte die leere Tafel an, als ob sie besonders spannend wäre. Doch im Grunde sah er sie gar nicht. So also waren seine Eltern gestorben. Genau wie diese Spinne. Waren auch sie ohne die Spur einer Verletzung geblieben? Hatten sie einfach nur den grünen Lichtstrahl gesehen und das Sirren des rasenden Todes gehört, bevor ihr Leben ausgelöscht wurde? Seit drei Jahren schon stellte sich Harry den Tod seiner Eltern immer wieder vor, seit er herausgefunden hatte, dass sie ermordet worden waren und wusste, was in jener Nacht geschehen war. Das Wurmschwanz, das Versteck seiner Eltern an Voldemort verraten hatte, der sie daraufhin in dem Haus aufgespürt hatte. Dass Voldemort zuerst Harrys Vater getötet hatte. Dass James Potter versucht hatte, ihn aufzuhalten und seiner Frau zugerufen hatte, Harry an sich zu reißen und zu fliehen. Doch Voldemort war auf Lily Potter zugegangen und hatte ihr befohlen, beiseite zu treten, damit er Harry töten konnte. Sie hatte ihn angefleht, sie an Harrys Stadt zu töten, hatte sich geweigert, Harry preiszugeben. Und so hatte Voldemort auch sie ermordet und dann den Zauberstab gegen Harry gerichtet. Harry kannte diese Einzelheiten, weil er die Stimmen seiner Eltern gehört hatte, als er letztes Jahr gegen die Dementoren kämpfte. Denn dies war die schreckliche Gabe der Dementoren. Sie zwangen ihre Opfer, die schlimmsten Erinnerungen ihres Lebens noch einmal zu durchleiden und wehrlos in ihrer Verzweiflung zu ertrinken. Moody begann erneut zu sprechen, doch für Harry klang es wie aus weiter Ferner. Mit äußerster Kraft riss er sich in die Gegenwart zurück, um Moody's Worten zu lauschen. Avada Kedavra ist ein Fluch, hinter dem ein mächtiges Stück Magie stehen muss. Ihr könntet hier und jetzt eure Zauberstäbe hervorholen, sie auf mich richten und die Worte sagen, und ich würde mir vermutlich nicht mal eine blutige Nase holen. Aber das spielt keine Rolle. Ich bin nicht hier, um euch beizubringen, wie der Fluch funktioniert. Wenn es keinen Gegenzauber gibt, warum zeige ich euch dann den Fluch? Weil ihr ihn kennen müsst. Ihr müsst das Schlimmste mit eigenen Augen gesehen haben. Ihr wollt euch doch nicht in die Lage bringen, in der ihr es mit ihm zu tun bekommt. Immer wachsam! polterte er und wieder zuckte die ganze Klasse zusammen. Nun, diese drei Flüche, Avada Kedavra, Imperius und Cruciatus, nennen wir die unverzeihlichen Flüche. Wer auch nur einen von ihnen gegen einen Mitmenschen richtet, handelt sich einen lebenslangen Aufenthalt in Azkaban ein. Dagegen steht ihr. Den Kampf gegen diese Flüche muss ich euch beibringen. Ihr müsst euch vorbereiten. Ihr müsst euch wappnen. Doch vor allem müsst ihr lernen, in eurer Wachsamkeit niemals nachzulassen. Holt euren Federn raus und schreibt mit. Den Rest der Stunde verbrachten sie damit, sich zu jedem der unverzeihlichen Flüche Notizen zu machen. Keiner sprach, bis es läutete. Doch als Moody sie entlassen hatte und sie draußen vor dem Klassenzimmer standen, brach ein Schwall von Worten aus ihnen heraus. Die meisten redeten mit ängstlicher Stimme über die Flüche. Hast du gesehen, wie sie gezuckt hat? Und dann hat er sie getötet, einfach nur so. Sie sprachen über die Stunde, fand Harry, als ob sie eine atemberaubende Show gewesen wäre. Doch er hatte sie nicht besonders unterhaltsam gefunden. Und wie es schien, auch Hermine nicht. »Beeilt euch«, sagte sie in angespanntem Ton zu Harry und Ron. »Nicht schon wieder in die blöde Bibliothek«, sagte Ron. »Nein«, sagte Hermine schroff und deutete in einen Seitengang. »Neville«. Neville stand allein in der Mitte des Ganges und starrte auf die steinerne Wand gegenüber. Mit denselben, weit aufgerissenen, grauen erfüllten Augen, wie vorhin, als Moody den Kroziatus-Fluch gezeigt hatte. »Neville«, sagte Hermine mit sanfter Stimme. Neville wandte sich um. »Oh, hallo«, sagte er mit ungewöhnlich hoher Stimme. »Interessante Stunde, nicht wahr? »Ja, bin gespannt, was es zu essen gibt. Ich...« Harry einen verdutzten Blick zu. »Neville, was...« Doch ein merkwürdig dumpfes Pochen ertönte hinter ihnen. Sie wandten sich um und sahen Professor Moody auf sie zuhinken. Alle vier verstummten und sahen ihn beklommen an. Doch so leise und sanft wie jetzt hatten sie ihn noch nicht knurren gehört. »Ist schon gut, Kleiner«, sagte er zu Neville. »Willst du nicht kurz mit mir hoch ins Büro kommen? Keine Sorge, wir trinken zusammen ein Tässchen Tee.« Die Aussicht auf eine Tasse Tee mit Moody schien Neville noch mehr Angst einzujagen. Er blieb stumm und rührte sich nicht vom Fleck. Moody ließ sein magisches Auge auf Harry ruhen. »Dir geht's gut, nicht wahr, Potter?« »Ja«, sagte Harry, fast herausfordernd. Moody's blaues Auge zitterte leicht in seiner Höhle, während er Harry mit prüfendem Blick ansah. »Du musst es erfahren«, sagte er schließlich. »Es kommt dir vielleicht hart vor, aber du musst es erfahren. Hat keinen Sinn, sich was vorzumachen. Nun denn. Komm mit, Longbottom. Ich hab da ein paar Bücher, die dich interessieren werden.« Neville warf den drei Freunden einen flehenden Blick zu, doch sie sagten kein Wort. Und so hatte er keine Wahl, als sich, eine von Moody's knorrigen Händen auf der Schulter, mit sanfter Gewalt fortführen zu lassen. »Was sollte das jetzt wieder?«, sagte Ron, als Neville und Moody um die Ecke verschwunden waren. »Keine Ahnung«, sagte Hermine mit nachdenklicher Miene. »Bestimmt eine Lektion für uns, oder?«, sagte Ron zu Harry auf dem Weg zur großen Halle. »Fred und George hatten recht, siehst du? Er kennt sich wirklich aus, dieser Moody. Wie er Avada Kedavra gebracht hat und diese Spinne dann tot umgefallen ist, so einfach den Löffel abgegeben hat.« Doch Ron verstummte, als er den Ausdruck auf Harrys Gesicht sah und sprach erst wieder, als sie in die große Halle gelangten, wo er vorschlug, am Abend schon mal mit den Voraussagen für Professor Trelawney anzufangen, da sie sicher Stunden dafür brauchen würden. »Hallene Dias – die Film, die Film war, »Hallene Dias – die Film war,